Grüß dich Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast zu einem Bitcoin-Preis von über 60.000 Dollar. Genauer gesagt mit einem sehr guten Reversal aus diesem Support-Bereich heraus. Und so wie es aussieht, hält uns jetzt mal nicht allzu viel aus, um auf die 65.000 Dollar zu kommen und eventuell jetzt schon noch in diesem Sommerloch wieder ein bisschen angenehmere Preise im Chart zu haben. Dementsprechend gebe ich euch eine Zusammenfassung über die aktuelle Chart-Analyse auf dem kleinen Timeframe. Wir orientieren uns natürlich auf dem großen Timeframe, am großen Volumen auf den Weltmärkten. Ich zeige euch wie immer meine offenen Trades und Positionen. Und wir werfen einen kurzen Blick auf die Gesamtmärkte im Krypto-Bereich. Wie sehen die anderen Timeframes aus? Worauf achtet man jetzt vielleicht nicht allzu viel? Was aber sehr spannende Statistiken sind und gehen auf den Juli drauf ein, der heute mit dem Montag startet. Denn in diesen Sommermonaten passiert ja vielleicht nicht allzu viel. Und es kommt natürlich nochmal das Fußballfieber mit dazu, wo sich gerade aktuell halb Europa von Investments verabschiedet und eher in die Sportwettenbranche rüber wandert. Und über alle diese Themen beginnen wir natürlich mit der Chart-Analyse. Und ich sage jetzt schon mal wie immer ein riesengroßes Dankeschön für über 18.000 Abonnenten. Unser Kanal wächst trotz des Sommerlochs und ich bedanke mich natürlich wie immer über all eure positiven Bewertungen. Mit immer über 90% positiver Bewertungen und vor allem auch in den Livestreams mit fast immer 100% positiver Bewertungen. Dementsprechend auch gerne unter diesem Video ein Daumen nach oben dalassen. Ein Kommentar für den Algorithmus ist wie immer Ehrensache. Gerne kannst du auch zu den ersten 19.000 Abonnenten dazuzugehören. Wir gehen gemeinsam in diesen Bullrun, da gehört vielleicht auch mal ein Sommerloch dazu. Aber das Ganze muss man einfach mit der Ruhe nehmen und vor allem als Chance sehen. Und genau da hat sich gestern eine Chance ergeben, die ich mit euch in der Telegram-Gruppe geteilt habe. Grundsätzlich Bitcoin konsolidiert, kommt auf dem großen Daily-Timeframe in unseren Support-Bereich hinein. Und wir haben hier auf dem 4-Stunden-Chart, wir nehmen dieses Timeframe einfach mal an, ein ganz klares Bild gesehen. Und zwar wurden wir abverkauft bei den 62.000 Dollar, wir wurden wieder abverkauft bei den 62.000 Dollar und gestern hier. Als wir mit dieser Tageskerze noch einmal einen kurzen roten Wig nach unten bekommen haben, habe ich eben geschrieben, es gibt wie immer zwei Optionen. Entweder der Verkaufsdruck ist bei den 62.000 Dollar wieder am Start und wir werden abverkauft, ganz klar. Oder irgendwann fehlt den Verkäufern die Bitcoin-Menge und der Kaufdruck holt das Ganze auf. Sprich, der Preis muss steigen. Und in diesem Fall ist das eher jetzt eine kleine Bewegung gegeben. Aber wir hätten hier ein potenzielles Preisziel von diesem gesamten Schlussabverkauf im Bitcoin-Preis. Und würde uns mal über 65.000 Dollar bringen. Auch ein Platz im Chart, wo wir gerade noch einen sehr großen Ausschlag in der Liquidität haben. Knapp bei 65.000 Dollar sehen wir eine ganze Milliarde Dollar, die hier liquidiert werden würde. Sprich, es wäre auch realistisch, wenn man nicht auf die 66.000 Dollar kommt, wie mit dieser Analyse. Sondern vielleicht schon bei den 65.000 Dollar hier einen 5-10% Take-Profit setzen könnte. Ich persönlich halte langfristig, ich nehme lieber erst den großen Timeframe mit. Und da könnte sich natürlich noch ein Problem in den Weg stellen. Wir gehen wieder auf den Daily-Timeframe und wir aktivieren hier mal die gleitenden Durchschnitte, die EMA-Ribbons. Das sind Support-Bänder für den Bullrun. Hier sollte man bestenfalls sehr, sehr zeitnah, wenn sich etwas in die bullische Richtung bewegt, aufmerksam dabei sein, denn es hat sich hier im Bullrun bisher ganz, ganz selten, aber doch immer wieder die Chance ergeben, unter diesen EMA-Ribbons kaufen zu können. Das Ganze immer verbunden natürlich mit dem absoluten Crash-Szenario, was auf Social Media vermittelt wird. Kann natürlich auch kommen, Black Swan und Co. Aber trotzdem, wir sind in einem Aufwärtsmomentum beim Bitcoin. Und zwar mit so einem fundamental starken Backing mit ETFs, mit ganzen Regulierungswellen, die eher ins Positive kommen, mit einem eventuellen Donald-Trump-Sieg bei den Wahlen, der sehr gut für Bitcoin oder die Finanzmärkte wären. Und genau deswegen habe ich bei diesem Preisbereich meine Positionen noch etwas vergrößert. Ich habe ja meine Long-Positionen auf verschiedenen Börsen aufgebaut. Grundsätzlich hier meine größte noch immer um den Break-Even-Punkt herum, mit knapp einem Bitcoin an Positionsgröße. Hier haben wir über den Bärenmarkt eine Position laufen gehabt, die eben schon mit über 7.500 Dollar realisierter Profite fast ganz geschlossen war. Jetzt habe ich aber nochmal die Chance wahrgenommen und den Restbetrag, den ich auf der Börse hatte, ganz passend unter 60.000 nochmal ein bisschen vergrößert. Das ist jetzt noch nicht die Welt. Die Position kann man auch irgendwie vernachlässigen, aber weil ich die schon ewig lange nicht mehr gezeigt habe und letztens eben viel unterwegs war und ich hatte leider nicht die Zugangscodes für die anderen Börsen. Da ist es mir hier nur übrig geblieben, auf Femex ein bisschen dazu zu schmeißen. Einfach um hier ein ganz klares Gesamtbild zu zeigen. Wenn du selber noch Bitcoin traden möchtest, ebenfalls den Bullrun nach oben hinnehmen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall die Börse Levex empfehlen. Da kannst du ohne KYC bis zu 5.000 Dollar Top-Up-Bonus für deine ersten Trades bekommen. Sprich, du bekommst einen richtig großen Bonus und kannst einfach nur mit Bonusgeld ebenso traden. Alle Gewinne gehören dir zu 100%. Im obersten Link in der Videobeschreibung bekommst du da auf jeden Fall alle Informationen. Ich würde jetzt auf jeden Fall auf eines warten und zwar auf viel Volatilität und ich glaube, wir stehen genau an der Tür zu diesem Event, wo wir entweder bei diesen EMA Ribbons abverkauft werden und die Reise nach unten weitergehen könnte. Sommerloch, Korrekturphase, unspannende Phase im Markt und ihr müsst euch das mal vorstellen, wie gerade der Sommer kickt. Ich bin super gerne draußen. Ich glaube, ihr seid auch gerade jede freie Minute in der Sonne oder man versucht es zumindest irgendwie, wenn es die Zeit zulässt. Und letztes Wochenende war ich in Frankfurt und habe mich mit einem sehr, sehr coolen Kollegen getroffen. Was ihr kennt, MMCrypto ist wirklich jemand, der ultra lange im Crypto-Space dabei ist und weit über eine Million Follower über seine Social-Media-Kanäle hat. Und eigentlich liegt es da auf der Hand, dass man nur über Krypto redet. Aber ich glaube, in zwei Tagen sind wir vielleicht zehn Minuten über Krypto am Reden gewesen. Aber sonst eigentlich nur über Fußball geredet, Hauptthema. Dann Essen, Fitness, sonst was. Also im Endeffekt ist Krypto jetzt nicht mal das Wichtigste für viele Leute. Und genau da liegt eben auch die Chance, dass man hier unter dem Radar oder zumindest unter den gleitenden Durchschnitten jetzt gerade mit Bitcoin irgendwie dran ist, gute Einstiegspreise zu bekommen. Ich werde natürlich, wenn wir weiter droppen, noch ein bisschen Liquidität zur Verfügung stellen. Möchte ihr diesen Trade auf über 100.000 Dollar Positionsgröße mitnehmen? Der war schon 3.000 im Minus. Dann war er 5.000 im Plus. Jetzt ist er gerade so um die 1.800 Euro im Minus. Und ich will da weit über 10.000 Euro in die Profitrichtung gehen. Dementsprechend freut es mich natürlich, wenn wir auch in dem unteren Bereich vielleicht nochmal einen Trade mitnehmen. Denn ich habe hier diese Long-Position öffnen beim Preis von 55.500 drinnen und knapp bei 50.000 Dollar nochmal automatisch knapp über 20.000 Dollar, die in die Positionsgröße mit dazukommen würde. Schauen wir mal, ob es überhaupt eintritt. Mit Pech geht es sowieso weiter nach oben und man muss sich damit zufrieden geben, was man bisher an Positionen gesetzt hat. Und mein Dreh- und Angelpunkt für Bullish oder Bearish ist ja tatsächlich jetzt dieser Bereich, der im Air Ribbons nach oben hin durchzubrechen. Wäre super gut, gebe uns eine Chance in der Konsolidierung wieder so im Point-of-Control-Bereich, hier wieder ein bisschen Platz zu bekommen, bessere Preise zu traden. Und dann können neue Käufer immer nur weiter einkaufen. Das wäre im Endeffekt das Best-Case-Szenario. Und wenn wir korrigieren, dauert das einfach ein bisschen länger, was auch keine Tragik ist. Aber grundsätzlich sind wir hier mal sehr gut aufgestellt. Im Gesamtmarkt hat es natürlich ordentliche Korrekturen gegeben. Diese grünen Zahlen bei den Altcoins muss man mit Vorsicht genießen, weil vor allem auch auf die Monatssicht eigentlich noch alles heftig im Minus ist. Altcoins hat es ja grundsätzlich stark gradiert. Deswegen lohnt es sich immer wieder ein paar Profite zu ziehen. Ich sehe das super stark, wie Kasper hier neue All-Time-Highs reindrückt. Trotzdem eine Position, wo ich vielleicht unter den 15 Cent nochmal ein bisschen kaufen würde. Oder auch Brett hat ordentlich in die All-Time-High-Richtung performt. Da macht es ebenfalls Sinn, falls man diese Coins hat, vielleicht ein bisschen rauszugehen. Wenn Bitcoin schwächelt, hat man hier trotzdem super Gainer mit drinnen gehabt. Auch über die letzte Woche war es wieder ein bisschen volatiler. Ich habe meine Altcoin-Käufe sowieso wie immer nur im Inner Circle geteilt. Dort gibt es natürlich auch Chart-Analysen. Ich und der Mike machen auch Projekt- und Coin-Analysen. Und im Mitgliederaustausch haben wir jetzt beschlossen, nicht an EM-Spieltagen unsere Live-Zoom-Calls zu machen. Deswegen jede Woche machen wir dort in geschlossener Runde einen Zoom-Call zu verschiedenen Themen. Und den haben wir jetzt ein bisschen verschoben, dass wir nicht in die EM reinfallen. Dementsprechend, falls du Interesse hast, du kannst dich gerne auf der Seite didirandom.com ein bisschen informieren. Und bitte aufpassen, falls ihr irgendeinen Account von mir schreibt. Das sind meistens irgendwelche kopierte Scam-Accounts. Ich schreibe keine Privatnachrichten. Das ist wirklich so die einzige Homepage, die ich habe mit meiner Kontakt-E-Mail-Adresse oder sonst findet ihr mich auch gerne auf Telegram, wo ihr natürlich immer auch in die kostenlose Gruppe eintreten könnt. Was ist noch wichtig zum Gesamtmarkt? Ich habe euch hier noch diesen 6-Monat-Candle-Chart rausgenommen. Da ist im Endeffekt eine grüne Kerze 6 Monate im Chart. Und jetzt, wo wir in den Juli reingehen, haben wir den nächsten 6-Monats-Candle geschlossen. Das ist tatsächlich der höchste Kerzenschluss in diesem Preisbereich, den es bei Bitcoin je gegeben hat. Wir haben auch vor kurzem noch die höchste Wochenkerze jemals geschlossen. Ja, das ist schon fast 100 Tage her. Aber wir konnten seitdem den Preis wirklich sehr, sehr gut halten. Und ebenfalls hier noch als Support, dass man es auf dem Radar hat, die Weekly EMA-Ribbons, die mit der stärkste Bullrun-Support sein können. Wenn man nach oben hin ausbricht, dann kann das wirklich hier Wochen und Monate lang nach oben gehen. Hier Support gefunden, das zweite Mal ebenfalls Support gefunden. Es sieht schon sehr brauchbar aus. Und wir können da eigentlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir jetzt unseren potenziellen Korrekturboden in diesem Bullrun auf mal mindestens 50.000 Dollar hochschrauben können. Und im Endeffekt alles, was jetzt schon unter die 60.000 Dollar fallen sollte, wären hier schon massiv günstige Einstiege mit ordentlich Support unter uns. Wir haben zwar leider ein bisschen Rückenwind aus dem Aktienmarkt verloren. Da ist ein bisschen Momentum zumindest weggegangen. Und es wäre kein Problem, wenn es mal ein bisschen runter geht. Wir haben gesehen, die Aktien von Apple sind unglaublich nach oben geschossen. Nvidia sowieso unglaubliche Performance. Und das waren mit die größten Treiber für den S&P 500, den wir jetzt einfach mal als Messwert nehmen. Ihr könnt auch mit MSCI World, ihr könnt euch andere Indexe auch dazu nehmen. Ist für mir einfach so das Gesamtbild, das hier ein bisschen die Investitionsfreudigkeit abspiegelt, was auch für Bitcoin ganz gut sein könnte. Und jetzt sehen wir natürlich auch Konstant-Updates in der M2-Geldmenge. Das sind alle liquiden Geldmittel, die gerade zur Verfügung stehen, die es gerade auf der Welt gibt. Und da sehen wir nach dem großen Anstieg der Zinsen, dass wir hier ein Reversal sehen. Es kommt in Summe mehr Geld in den Umlauf. Und das ist genau, was wir für Bitcoin brauchen. Also auch hier eine riesengroße Bestätigung, dass man wahrscheinlich sehr gute Marktentwicklungen sehen wird. Und natürlich auch US-Waren und Co. könnten hier noch positiven Einfluss nehmen. Sonst habe ich noch für den Juli eine schöne Zusammenfassung gefunden. Ihr wisst es, wir haben ja mal in einem Livestream selber die Sommerlöcher analysiert. Es gab in der Vergangenheit, seitdem ich im Bitcoin bin, positive Sommer-Events. Es gab aber auch langweilige Seitwärtsbewegungen, Konsolidierungen. Und die letzte, die wir hatten, war tatsächlich schon im Bullrun-Aufbau. Und ebenfalls haben wir hier gesehen, dass wir in den Daily EMA-Ribbons ein bisschen unter Wasser waren. Dass wir im Endeffekt nur seitwärts konsolidiert sind und nicht große Fortschritte machen konnten. Jetzt für den Juli genau gesehen ist es auch nicht unbedingt der stärkste Monat für Krypto. Hier eher nur seitwärts. Dann gab es auch einen bullischen Juli. Dann gab es hier einen bullischen Juli. Seitwärts, seitwärts. Und da sieht man einfach, dass man nicht nach irgendeinem Monat hoffen oder spekulieren kann. Vielleicht ein Sommerloch schon mit drinnen haben. Und auch dieses Sommerloch bezeichnen, ist im Endeffekt eine 50-50 Chance. Ob du wirklich hier einfach einen Bärenmarkt oder einen Bullrun tradest, wäre eher so ein bisschen der größere Timeframe. Aber was wichtig ist, jetzt sind wir schon im Sommerloch. Jetzt sind wir schon gedippt. Jetzt kann man das eigentlich auch recht günstig kaufen. Und mit Glück geht es eben nochmal in eine günstigere Kaufrichtung. Und ein Sommerloch bringt dir ja nur etwas, wenn du auch kaufst. Du willst ja dann nicht im Quartal 4 im Bullrun-Peak einkaufen. Du möchtest ja genau ein Dip, ein Loch mitnehmen, wo du im Endeffekt günstig kaufen kannst. Und wenn sich diese Chance ergibt, dann haben wir hier einen richtig großen Vorteil zu allen Retailern, die später reinkommen. Dementsprechend, ich bin auf jeden Fall dabei, weiterhin die Dips günstig einzukaufen. Ich bin weiter dabei, diese Positionen aufzubauen und für den Bullrun mitzunehmen. Wenn der kommt und wir hier über die 70.000, 80.000 Dollar drüber gehen, dann ist sowieso mal Ende Gelände mit kaufen. Dann müssen wir wirklich an Exit-Punkte denken und einfach nur abwarten. Es wird bei den Altcoins noch wunderbare Preise geben können. Es wird bei Bitcoin unendlich hohe Preise geben. Und sobald sich da etwas Wichtiges ergibt, wird es natürlich ein Update-Video geben. Wie immer, ich lade dich natürlich wie immer dazu ein, unter den ersten 19.000 Abonnenten dabei zu sein. Und dann wirst du auch keine Inhalte mehr verpassen. Die Links zu den Börsen, die ich verwende, sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Und da bedanke ich mich natürlich auch wie immer für den ganzen Support. Unser Tournament, wo ihr einen Preispool von 1.500 Dollar mitnehmen könnt, läuft noch. Sprich, da gibt es jetzt noch genau 30 Tage Zeit bis Ende Juli, bis die Preise ausgeschüttet werden. Wenn du aktiv tradest, kannst du hier relativ einfach in diesen Preispool kommen. 450 Dollar ist der erste Platz. Sonst gibt es auch noch nette Belohnungen über drei Leaderboards nach drei Kategorien. Und hier ist schon der erste Platz möglich mit 15% ROI. Das ist auch für einen Trading-Monat recht gut. Aber es gibt hier wirklich Leute, die massiv profitabel traden. Und wenn eine volatile Welle kommt, wenn wir hier entweder abverkaufen oder richtig pumpen, dann machst du hier natürlich relativ schnell Plätze gut. Gut, dementsprechend wünsche ich euch natürlich die maximalen Erfolge und die maximalen Profite. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Livestream, Telegram-Gruppe, YouTube-Kommentaren oder in der Circle. Ich wünsche euch immer was. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.